Hallo zu Wort Sonder und Nustelle hebt ab und Kooperation Mastok ohne wieder einsteckt ist unsere Animation mit den Russen mit unserem I16 Typ 10 mit gegen Deutsche und Italiener wir haben einen kleinen Notstand aber sollte ja egal sein die ich frag wie hinter sind fangen auf die ausgewiesenen Koordinaten soo hier falls ich grad gar nicht wenn ich hier angreifen soll soo hier soo hier soo hier soo hier soo hier soo hier Wenn ich etwas unternehmen, hat der Freund geliebt. Der Freund, der Freund geliebt, hat der Freund geliebt. Der Freund, der Freund geliebt. Der Freund, der Freund geliebt. Der Freund geliebt. Der Freund, der Freund geliebt. Der Freund geliebt. Der Freund, der Freund geliebt. Der Freund, der Freund geliebt, hat der Freund geliebt. Der Freund geliebt. Der Freund geliebt. Der Freund geliebt. Der Freund, der Freund geliebt. 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 Was macht die 88 da? 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 Hä... Was macht die 88 da? Was macht die 88 da? Was macht die 88 da? So, hab den jetzt auch noch erledigt, den Piloten ausgeschaltet. So, hab den Piloten ausgeschaltet. Ach, Mist. Da hat er mich doch noch erwischt. Zum Hangar. Da schalte ich den anderen Piloten aus und ich werde selber ausgeschaltet. Schaltet, naja, egal. Ach, der 50. Deutsche, den ich abgeschlossen habe, zum Hangar. So, und dann sehen wir uns gleich zur letzten Schlacht von heute gleich wieder. Tschüss. Also, bis gleich. Hallo wieder und ich bin noch nicht in der nächsten Schlacht, aber hier, wir haben ein neues Flugzeug, die Bowfighter für die... äh, retten... Ja. So. So. Und... Die nächste Forschung... ...wenn ich dann... ...mit der nächsten Hurricane anfangen und... ja. So. Und wir waren ja dabei, dass ich zu den Japanern wollte und Schlacht. Gut. Dann hoffen wir mal, dass ich nicht zu lange live warten muss. Ich habe keine Lust, noch einen vierten Teil daraus zu machen. Na gut, ich mache doch ein vierter Teil daraus, also bis gleich wirklich zur Schlacht. Und da sind wir drin und Operation Gegenangriff mit unserer Ki-10-1C der Japaner. Knapp muss ich noch... ...äh... ...den... ...äh... ...äh... ...dass... ...die Zieg Gladiator wieder in ein Deck einbauen. Also... ...alle Adiäte gegen alle Achsenmärkte. Töne Adiäte gegen alle Pästehe. Töne Adiäte gegen alle Achsenmärkte. Töne Adiäte gegen alle Achsenmärkte. ...ich kann man nachdem Sie, dass der Nachmittag war... ...töne Adiäte gegen alle Achsenmärkte, und seitens so einem Körpers. Myselig. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, da sind schon zwei zusammengekracht. Noch kein Gegner aufgetaucht. Ah, doch da. Schießt ihn ab! Stimme zu! Fremdliche Truppen angreifen. Negativ! Schiff zum Stützpunkt zurück. Augen auf die Karte! Ja, es geht ja viel mehr! Schiff zum Stützpunkt. Schiff zum Stützpunkt. Schiff zum Stützpunkt. Zurück! Das kannst kein Abschluss für mich fahren, verstehe ich jetzt die Linie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ach, nein! Da knappt mich doch noch ne Flacke ab, ne Flacke ab. Zum Hangar, Mist. Zum Hangar, so, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss!